Du hast keine Ahnung, wie du einen Anzug stylen sollst? Kein Problem, heute zeige ich dir einen Anzug und damit style ich sechs verschiedene Looks. Leute, ich habe früher immer gedacht, man kann einen Anzug nur zu einem Business-Meeting tragen oder zur Hochzeit komplett angezogen, aber ich kann euch eins sagen, dem ist nicht so. Man kann so einen Anzug wirklich in vielen verschiedenen Kombinationen variieren und heute zeige ich euch, wie ich einen Anzug in sechs verschiedenen Variationen kombiniere und die meisten davon sind auch perfekt für den Alltag. Starten wir mit dem, was alle Leute im Kopf haben, wenn sie einen Anzug denken und zwar ein Business-Look. Ich habe hier einen Look gewählt, der vom Muster her sehr unterschiedlich ist, von den Materialien sehr unterschiedlich, auch von den Accessoires, aber all in all wirkt der ganze Look sehr harmonisch, weil wir uns einfach hier in der gleichen Farbwelt befinden. Weiter geht es mit einem Business-Casual-Look und zwar habe ich das Ganze jetzt einfach hier ein bisschen aufgelockert, habe hier mal die Krawatte weggelassen, das Hemd etwas weiter aufgeknüpft und auch die Schuhe gewechselt. Hier trage ich weiße Leder-Sneaker zum Anzug, was das Ganze einfach ein bisschen lockerer und ein bisschen lässiger macht. Und im dritten Outfit machen wir das Ganze noch ein bisschen lockerer und lässiger und zwar ein Smart-Casual-Look. Hier habe ich nochmal die Hose vom Anzug getauscht, trage jetzt hier an dieser Stelle nur noch das Sakko vom Anzug mit einem weißen Hemd, weißer Sneaker. Einfach locker lässig. By the way Leute, falls ihr euch grundsätzlich ein bisschen weiterbilden möchtet, wenn das nur das Thema Outfits und Styling geht, dann checkt einfach mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und das gibt euch einfach die Guidelines an die Hand, die ihr braucht, um euch richtig nice zu stylen. Und mit dem Gutschein-Code DanielKorte20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book. Link dazu unten in der Box. Der vierte Look, ich würde mal sagen Business Meets Winter. Einfach den Anzug mit einem Rollkragen kombiniert, dazu trotzdem noch ein Einstecktuch, rundet das ganze Outfit einfach an. Dann habe ich drüber noch einen Mantel gezogen, auch in dunkelblau. Muss ich sagen, ein richtig, richtig schöner Look für den Winter, wenn man schick und gleichzeitig elegant gekleidet sein möchte. Weiter geht's mit Look Nr. 5 und zwar der entspannteste Look von allen. Ein Look, den man auch sehr gut im Alltag anziehen kann. Und zwar habe ich hier die Anzugshose kombiniert mit einem Langarm-Polo. Finde ich sehr locker, sehr lässig, perfekt für den Alltag. Last but not least, der sechste Look. Und zwar haben wir hier die Kombination Anzug meets Summer. Ein richtig schöner Sommerlook kombiniert mit einer weißen Hose, graue Wildlea-Sneaker, ein Kurzarm-Polo, was ich hier gerade trage, plus das Jackett drüber, auch hier wieder kombiniert mit einem Einstecktuch, was das Ganze einfach wieder elegant aussehen lässt. Und hier nochmal alle Anzugkombinationen im Überblick. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen Inspiration liefern, damit eure Anzüge nicht im Kleiderschrank einstauben, sondern dass ihr auch eure Anzüge wirklich nutzt, kombiniert in verschiedenen Variationen. Und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anzugstylen. Bis zum nächsten Mal.